Alles Lauf, Gebet, Allah in jeder Sache. Und wenn jemand dir Unrecht angetan hat, dann sagst du, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wenn du Angst hast vor jemandem, dann sagst du, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wir haben Allah als Anwalt und er ist der Beste, der sich um unsere Sache kümmern wird. Allah wird sich darum kümmern. Es genügt uns Allah. Wenn ich dir sagen würde, jemand möchte dich verprügeln, du sagst, ich habe hinter mir eine Armee. Was will die sagen? Du hast aber nicht nur eine Armee. Du hast den Herrn der Welten, der diese Armee erschaffen hat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Das ist, was du sagen solltest, wenn du von einer Fitna hörst, wenn du von einer Strafe hörst. Der Gläubige ist beruhigt. In Zeiten der Fitna ist er ruhig. Er geht nicht mit mit dieser Panikmache, sondern hat Festigkeit im Herzen. Das kommt von Allah. Ja, daakir al-Azhab kam mutahadibani. Ja, daakir al-Azhab Ich bin hat nicht mit ihm getrennt.